Nuzmiha schien an einer wahren Überfülle von Beamten und deren Familien, pensionierten Offizieren, Bezirkshauptleuten, sogenannten Gespanen, wie man auf Ungarisch sagt, Obergespanen, Adeligen, Stiftsdamen, Ordensleuten, Geistlichen, Pfarrern und dergleichen zu leiden. Dazu kam die Dienerschaft aller dieser Menschen. Ich konnte schließlich nicht anders als annehmen, sie hätten sich alle in der Stadt zusammen gedrängt, weil sie es hier der Nähe der Russen wegen für sicherer hielten als auf dem Lande und geben all ihr Geld aus, statt es Plünderern oder sonst welchen Leuten, die es ihnen wegnehmen konnten, zu überlassen. Indem wir auf den Marktplatz rückten, umdrängte uns die Menge mit Zurufen und Tücherschwenken. Es war Befehl zum Absitzen gegeben und im nächsten Augenblick waren die Offiziere von Scharen von Leuten ungefähr unserer Gesellschaftsklasse umgeben, die uns auf das Liebenswürdigste ansprachen, sich uns vorstellten und sagten, es werde ihnen eine Ehre sein, wollten wir bei ihnen wohnen. Kein Mensch schien daran zu denken, dass die Russen anrücken könnten. Stattdessen hatte man augenscheinlich keine andere Sorge als uns zu bewillkommenen, einzuladen und auf unsere Zerstreuung bedacht zu sein. Mit dem Quartier allerdings hatte es seine Wege. So zuvorkommend es uns angeboten worden, so schwer ließ es sich in Wirklichkeit schaffen, insbesondere was die Unterkünfte für die Mannschaften und die Pferde anlangte. Wir Offiziere quartierten uns schließlich alle im Kloster ein. Wir hielten dies für den besten Ausweg, niemanden von allen denen, die uns Gastfreundschaft angeboten, zu beleidigen, indem wir etwa die Einladung des einen angenommen hätten, die des anderen aber nicht. Das Kloster war ein sozusagen neutraler Ort. Doch gab es da verhältnismäßig den meisten Platz. Wir konnten gemeinsam wohnen und hatten die Schwadronen in der Nähe, die in den Wirtschaftsgebäuden untergebracht wurden, nach einiger Mühe zwar, aber doch zur Zufriedenheit. Indessen begann es zu dämmern und Semmler und ich ritten zum Chadek, wo wir die Unterbringung der Pferde der Abteilung, die ihn besetzt hielt, besichtigten und stiegen schließlich zur Kapelle hinauf. Der Rundblick von hier aus war trotz der sinkenden Dämmerung noch immer ein weiter, ja enorme. So überfüllt übrigens die Stadt auch war, so völlig leer und leblos lag die verschneite Gegend. Wir sahen nicht die Spur von Menschen, weder Bauern noch Fuhrwerke oder Truppen, nicht einmal Rauch über den Dächern der Dörfer. Das Land lag reglos, wie aus Eisen. Auch war alles totenstill. Kein Hund bellte, keine Wagen hörte man rattern. Nur aus Noshmihai selbst, das sich in einen rosigen Lichternebel zu hüllen begann, stieg ein leises Brausen, wahrscheinlich vom Lärm der vielen Menschen bis zu uns herauf. Der Anblick dieser Landschaft erfüllte mich mit einer ungeheuren Traurigkeit. Und dieses Gefühl war so stark, wie es eigentlich alle Gefühle dieses Tages gewesen waren. Was ist der Anspannung der Nerven? Plötzlicher Schwindel, die Vorstellung zu träumen. Erbitterung bei Widersprüchen, Erstaunen, ja, Verblüfftheit. Nichts fehlte als das Gefühl der Gleichgültigkeit. Wie es denn auch in wirklichen Träumen keine Gleichgültigkeit gibt, sondern bloß starke und überstarke Regungen. Auch Semmler starrte schweigend hinab, und zwar so lange Zeit in völliger Regungslosigkeit und mit wie mir schien so hasserfüllten Blick, dass es mir plötzlich peinlich wurde, und ich ihn fragen wollte, was ihm denn sei, als er sich mit einem leisen Stöhnen, etwa als wälze er sich mit schmerzendem Körper an der Erde, endlich wieder bewegte. Was hast du? Nichts. Fehlt dir etwas? Nein. Gehen wir. Um sechs waren wir zurück in der Stadt, und Semmler beurlaubte mich, um bei den St. Kiraes Besuch zu machen. Charlotte empfing mich an der Tür. Sie trug ein Nachmittagskleid, und ich sah jetzt eigentlich erst, wie unglaublich schlank und schmal sie vor allem in den Hüften war. Im Gesicht war sie ein wenig bleich, doch hatte sie scharlachfarbene, wenngleich nicht gefärbte Lippen, denn den Mund zu schminken war damals noch nicht üblich. Sie war von seidigem Dunkelblond, das heller wirkte, als es in Wirklichkeit war, und hatte brünette, fast bläuliche Brauen. Auffällig war die Länge ihres Hinterkopfes. Er sah fast aus, wie die durch ihre doppelten Diademe noch verlängerten Häupte ägyptischer Herrscher, doch konnte das auch bloß an Charlotts Frisur liegen. Jedenfalls verlieh es ihr Hoheit, zugleich aber auch einen Zug von ein wenig kindlicher Eigensinnigkeit. Als sie lächelte, sah ich den Blitz ihrer Zähne, die vielleicht in meiner Spur zu deutlich von Schneegem im Mai waren, wie bei ganz jungen Tieren und von einer Fehlerlosigkeit wie die Zähne griechischer Ätheren in aufgedeckten Gräbern. Überhaupt erinnerte der Anblick dieser an sich wohl schon ungewöhnlichen Person auch sogleich an eine Menge von zunächst allem Anschein nach ganz fernliegendem, von dem man aber alsbald meinte, dass es sich doch wesentlich auf sie beziehe. Wie denn alles Ungewöhnliche überhaupt voll Bezug ist. Der fabelhafte Azur ihrer Augen vor allem schien Entfernungen zu spiegeln, in denen es Himmel und Meere gab, ungeheure Schicksale, prunk und großartige und seltene Dinge. Im Ganzen war der Eindruck, den ich empfing und für den auch schon die Art gesprochen hat, auf die sie mich vor der Stadt empfangen, der von einer unserer Zeit mit ihren unglaublich trivialen Frauen trotz ihrer Jugend enorm überlegenen Frau, etwa einer wiedergeborenen Aristokratin aus der Antike, aus Syrakuse, Kyrene oder Korinth, hätte das fast allzu schwebende dieser Gestalt nicht in Widerspruch gestanden zum strahlenden Prangen und zur Pracht der Geschöpfe von damals. Was dort aber ein körperliches Glänzen war hier, ein Glanz von innen. Wie durch Schleier des Staubes in den jene Welt gesunken und wie durch Wehen der Asche aus umgestürzten Urnen, schimmerte dies Haupt mit seinem gleichsam von Goldschmieden einst gearbeiteten, in langen Zeitspannen nachgedunkelten Haar. Es schien, dass ich sie ungewöhnlich lange, vielleicht allzu lange angesehen oder vielmehr angestarrt. Auch mochte sie schon längst etwas gesagt haben, das ich entweder überhört oder unbeantwortet gelassen hatte, jedenfalls merkte ich plötzlich, dass sie lächelnd eine Frage wiederholte, etwa des Inhalts, als ob ich denn niemand anders hier wolle kennenlernen. Ich folgte ihr also gleichfalls, aber wohl ein wenig verwirrt lächelnd, und wir hatten uns durch die vielen Anwesenden förmlich zu drängen. ja n n w w w w w w w